hey leute mein kraft ist angesagt folge 8 des ne folge 9 des season 9 1 jetzt schon mittlerweile ja ich denke das sehen die zuschauer dann wenn sie auf das video klicken und da so gucken oder so auf dem bild so steht folge 8 oder 9 merkste ja ich war dabei zu gucken was man nimmt den steifen penis ja genau das meine ich ich habe jeder gefunden jetzt können wir so richtig blumentopfer und sogar richter und balkon so platzieren und kräftig fesseln alter was kannst du kann ich damit fesseln und jetzt nicht mal auf die nerven im leder was bist du für perverses schwein leute aushilfe bei kingshit gesucht ja sicher mach mal jetzt ein bisschen wasser auf dem balkon auf ja gleich mann ich mache mich nicht direkt drüber woher okay leute um das zu sehen macht jetzt wasser ich wette mit euch so will wer 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 wird das erstürzt komm moritz tanz 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 also wird jetzt niemand komm ich gebe dir was zu spielen hier ein knochen das war meine achse füfft ihr hier meine achse aufkommt ok zähl an bisschen sprung warte ok jetzt oh du willst packen geh nochmal rauf nö machen nicht wo das wasser wegnehmen wenn du sprichst exakt alter chill dann mache ich diese form hier inzwischen weiter ne die form soll jetzt noch draußen verlegt werden nein natürlich die die tierfarm aber die weizenfarm doch nicht doch nein die machen wir drinnen das wird viel cooler bau die im keller ne ich baue die mit so einem zugang ja dann baue sie aber schön und wir brauchen dringend wir machen hier unten eine holzfarm hin ja können wir auch machen fürs erst für erst weil ich habe jetzt echt gerade keine geduld diese bullshit hier hier mit so einem stück weizen anzulocken weil die nämlich alle fünf sekunden von diesem weizen abspringen und dir dann nicht mal hinterher rennt ja da kriege ich einen richtigen Anfall bei krampf ja auch nicht scheiß jonas weißt du was was ist denn wuuh heftig ja muss ich noch gar nicht ich auch nicht voll heftig voller king shit hier alter eilig bei uns gibt es die neuesten king shit oh mikrofon muted so würde mich gerne habe ich hier schon fast die kammer fertig ja abends wir nehmen gerade auf deswegen die weizenkammer ja ich weiß wir nehmen noch ein bisschen auf ja kein problem gute nacht schlafschen wo bist du hier bin ich warum redest du nicht äh meine mutter war gerade dran ich habe kurz meine mikrofon gemütet raffiniert aber in deiner aufnahme hört man das nein das mikrofon war doch ausgeschaltet hast du rausgezogen nein ich habe auf die herrschte äh raute taste ja ist ein teamspeak aus boah jetzt sag nicht man hört das in der aufnahme man hört das in der aufnahme scheiße dann musst du ein bisschen schneiden oh fuck habe ich überhaupt einen timer gesetzt ist doch scheißegal ich mache diesen kacken farm jetzt werde ich such mal melonen samen alter was soll ich denn noch alles machen willst du mich eigentlich verarschen nein ich will dass du beschäftigt bist wenn du das nicht mehr weißt sagt der der auf den berg rum tanzt oder was ja hallo ich baue ne farm boah heftig such du doch melonen samen nö brauche ich melonen samen ja für die farm die baue ich ja schon ja dann kannst du auch äh kannst du auch dafür sorgen dass du auch wächst nur die rechte arbeitsteilung äh ja ich baue die tier farm jeder jetzt na scheiße okay ich hole dir die melonen samen du schaffst mir die tiere ran nein das ist kein guter deal hätte ja klappen können so wir bauen betreiben ein richtig schönes terraforming wir wollen schon mal eine kleine fläche wir müssen aber auch die schaffe dann färben und dann weiter züchten die behalten die farbe dann ja kann sein ja kann sein ich habe jetzt noch mal einen timer auf vier minuten gestellt also ja 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 boah heiter dieser die eine reihe muss nochmal weg ey für einen stein die nervt mich noch übelst da könnte man richtig geil so ein clean stone ja das sieht bestimmt geil aus na hier ist clean stone was machst du denn da fuck wie macht man nochmal äh hier clean stone zäune äh oder zäune hier äh ne hier dings äh beune ja aber auch stein ach da ich hab schon ok nix ok so köln so lief fressen ohr mein event hast du gemüllt schmerzen in die trufe mit dem wort nochmal ordentlich ist Trunensystem wie auf dem Hexen-Server ja Jonas hau rein ja was soll ich denn noch alles machen ja genau oder das kommt mach du ich dachte du du hast das letztes Mal auch gemacht ja dann bin ich dafür dass du es diesmal machst die Hühner hat den Bock zu ficken ja was ob die Hühner Bock zum ficken haben ha 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 die Hühner hat wieder Bock zum ficken boah guck mal jetzt gehts 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 wieder los und nachher können wir Bruder und Schwester machen boah jetzt können wir wenn die wenn die Bruder und Schwester ausgewachsen sind können wir die jetzt groß machen das ist so ekelhaft das ist nicht so ekelhaft das ist alles natürlich ja passiert auch so in der Natur ja wusstest du das nicht Hühner bilden sich innerhalb der Familie fort Creeper hau ab das muss ich irgendwo hingehen wo ich Erde abfahmen kann ne wo das keine kann ich mir mal die zwei fucking Eimer geben auch hier ich hab die nicht ja ich weiß aber mich erstmal beleidigen ach ne du hast die Eimer beleidigt ne ja du Monstrum ich bin Monstrum ja bist du bin ich also der Buhmann der was der Buhmann aber Leute ich muss jetzt leider ein bisschen Erde abtragen aber ok ich denke mal stört keinen Menschen sieht zwar scheiße aus in der Landschaft aber ich brauch fucking Scheiße mir ist dann die Spitzler kaputt gegangen und ich guck erstmal wie blöd in der Gegend rum das ist sehr schön und mit diesen wunderschönen Worten verabschieden wir uns aus dieser Episode bis zum nächsten bis dann Bye Bye